So, wenn mir jetzt einer zu nahe kommt, ich hab mit meinem Männer Winnie aushebeln. Winnie, Winnie in Bössinkette? Was? Akebun und Dianette, ach ne, äh, äh, ähm, Luz heißt ja Luz, schön, dass sie eingeschaltet haben zur Hand Showdown, Lisa. Ich bin schon vieles genannt worden, aber das war beleidigt. Und dann haben wir auch noch den charmanten Robert an der Seite. Robert? Oh nein. Robert! Oh je, nein. Robert! Nein. Der war schuld. Wenn sie andere ärgern, müssen sie halt fühlen. Da handest du mit Ärger zu. Oh, die sind laut. Ja, du bist zuerst von mir gegangen und hast... Ja, richtig, genau, weil ich drei Kilometer vor... Achso, dann ist das Luz. Dann haben wir da Luz. Dann haben wir da Luz. Dann haben wir da Luz. Süßpferd Stirb leise Stirb langsam, stirb leise Zeitpunkt los Stirb leise Der Nachfolger von stirb langsam Stirb leise Verdammt stirb jetzt endlich Der Nachfolger von stirb leise Das ist so schlecht Da ist zum Glück jetzt Wenn er richtig vor der da nichts an der Wand hängt Boah das ist schon wieder so geil Da ist aber so flach Draußen ist ein Zombie gepult worden Sorry Da ist ein Zombie Zombie Lass wegen was Wurde Uh Hä Hä Serpent Was Serpent Wege Giftschaden So Ja ich hab schon eine Spritze mir rein Was Nein Serpent ist um das vom Weiten einzusammeln Was vom Weiten einzusammeln Geil Da seh ich mich doch Müll labern Allein schon dafür gehörst du Nächste Tage Oh bitte nicht Hilfe Es war die 15 Jahre Sonderedition Feten Mallorca Wahnsinn Ich würde sie nicht hören Aber ich würd sie auch nicht wegschmeißen weil sie von dir ist Weil sie von dir ist Bäh Ich weiß grad nicht wofür mir schlechter wird der Musiker oder den getrottelt Was denn Ist doch Auch wenn das halt scheiße ist Ja Ne stimmt Was Da sind Da sind Bauwies Gebelle Wer sind da Pfefflinge Bauwies Gebelle Ich hab schon Pfefflinge Ich hab immer gedacht die heißen Pfefflinge ne Klar wenn du eine Pfeffersoße hast du machst du eine Pfefflinge Stille Kennst du das Ja ich wollte Das ist einfach so schlecht gewesen Weißt du Ich hab wirklich immer gedacht die sind das sind Pfefflinge Ne das ging an Kotax Achso ja mit dem Pfeffersoße Das ist Witz Ne eigentlich nicht Doch ich mag das Also eine Sache die ich an dir mag ist dass du ganz viel scheiße labern Oh das wird schon mal das Problem mit rausgestellt werden Das hab ich ja wohl nie mit dem Leben gerichtet Aber scheiße das ist ein Kompliment Hä Weißt du wie das klingt Haben wir ein Verein Jäger hinter uns Verein Jäger Ach ein Verein Jäger e.V Oh Gott Alles für den Jäger Alles für den Jäger Ich kann nicht mehr Egal wie schlecht diese Diese Auflaufe Der Auflauf Egal wie schlecht der Auflauch ist Ich bin voll gewird Ich bin auf jeden Fall Die kommen auf jeden Fall online Ja natürlich Bis jetzt nichts passiert Ich muss aber sagen dass ich das witzig finde Ne ich hör jetzt auf damit Jetzt gibt es nur noch ernste Themen Welche denn? Die Nachrichten Bonn Bonn Oh Gott Ich bin ein tierigster Malmsheimer Fan Jochen Malmsheimer Ja stimmt Das ist ein Kabarettist feinster Sorte Und was macht der? Kabarett Ja Was macht der? Fragen Es ist schön wenn solche selbstbeantwortenden Fragen gestellt werden Ein Kabarettist feinster Sorte Was macht der so? Schuhe schustern Mein Gott Du gibst Vorlagen Lebe damit Nein Vielleicht lebst du nicht mehr damit Weißt du Weißt du Weißt du wen ich mag? Ne Boston Streeter Und das ist wer? Ja das kann man so sagen Was ist denn? Ein Kabarettist Kabarettist Ich hab ehrlich gesagt Da macht ein Kabarettist Ist das eigentlich peinlich wenn man nicht weiß was ein Kabarettist ist Ne ich weiß es auch nicht Satirische Satirisches Theater Ach sooo Ja sag dann das doch Sag das doch mal hier Oh Ähm Tschüss Ich kenn mich zwar auch mit sehr viel Also manchmal sag ich auch sehr gerne Ähm Kaffenbörker Kabarettist Kabarettist Wart mal Kabarettist Heißt du nicht Kabarettist Seid ihr gerade im Wasser? Es war irgendwo Ich glaube so von 2.25 Es war spiel mal leise was? 2.25 waren irgendwo Schüsse Mhm Ich brauch ein Medkit Uh Ein Medkit? Medizin genannt Da waren sie mal haben Ein Ein Med Ja und die Hunde war ich auch Er braucht ein Medkit Aus Med Alles wird aus Med gemacht Oh Gott Alles wird aus Hack gemacht Ähm 106 Schüsse 106 Schüsse Krass Ach mann Was denn Aus 106 Wo ist denn 106 Oh Gott Rein mit dir Huuuuh Das war knapp Oh Gott Da ist irgendwas draus Ähm Da sind irgendwelche Noten Nicht irgendwas Es ist jemand Oh Mann Oh Mann Ich mag die Gänze Scheiße Ich komme nicht rein Mach mal die Tür auf Ja warte Ich komme Wo habt ihr die den gesehen? Immer noch auf 106? Gesehen haben wir sie gar nicht Wir haben das Die benutzen gedämpfte Waffen Danke Ja die haben angeschossen Aus 106 die Richtung Bitte geh kurz auf Seite Aus 106 die Richtung Keine Medizin hier drinnen Keine Medizin hier drinnen Ja Das ist du Haben sie mal groß gepitscht? Ähm Hier ist ein Nein Hier ist ein Zellenschuss reingeflogen Im Gebäude Wer hat ein Zellenschuss was abbekommen? Niemand Weil irgendwo ist ein Zellenschuss gefallen Weil irgendwo ist ein Zellenschuss gefallen Weil irgendwo ist ein Zellenschuss gefallen Wann ihr jetzt von Luna dran? Ja schon wieder Oh ja Der rennt hier vorne Der kommt 865 Ich wusste doch Ich hab ein Zellenschuss gehört Ja warte mal Ist nicht einer gerannt? Was schießt er denn an? Hm Von mir Nein Nicht So voll an Wow Schauf Vom Weiten Auf einer anderen Ja da um eine Ecke rum Direkt hier Hinter der Hinter der Parisanie oder der Dings Aber von gegenüber war da nie rüber Aus einem anderen Wasser gedünst Also überm Wasser Warte ich hab hier Feuer Brennt er jetzt? Auf Gibt's wahrscheinlich Jetzt soll mal übers Übers Moppet hier rennen Na rennen Wo bist du? Da brennt jemand Da brennt jemand Ärgerlich Uh Das wär Boah Wie jemand abbrennen würde Oh Mist dachte ich genau auf ein Schiff Hab ich auch versucht Ja Kommt noch nicht drauf Mist Ja Kommen sie mal kurz hier rum Hier brennt jemand Oh Gott es wird mir so leid Du hast aber nicht gefossen oder? Nein das war ich nicht Ich hab mich deswegen erschrocken Kalt Kalt Irgendwo auf 75 Ey ist da irgendwie die Gitter abgeprallt Holy Shit Was? Oh nein Oh Ist jetzt irgendwas kaputt gegangen Ähm Mal gehör gegangen Irgendwo auf 75 Hat sie ihn denn echt gelöscht schon? Mhm Warte hier Ja der steh ich dir vor Fuck Nope Hast du ihn? Nein rein Pass auf Da kommt noch jemand Ja Ja ich seh den gegenüber Hier Ist er das? Ja ja warte Du kannst durch den Stacheldraht nicht durchschießen Hm Ich hab's nicht weiter Verleg mich meiner wieder Das könnte doch gerade machen Ja ich mach mal eben Da ist ein Meyer Da ist ein bisschen Der ist ganz geschickt Getar- äh im Busch drinne Der braucht ganz viel lang zum... Wo? Was denn? Von mir. Auf 90. Der zielt ganz schön lang. Der will auf Nummer sicher gehen. Warum bist du denn auch schon draußen? Ich bin auf Holz irgendwo laufen. 90 sagst du. Ich muss kurz weg. Wo ist der? Ob der Dicke immer noch lebt? Keine Ahnung. Ich wollte gerade den Dicke hier wegmachen, weil der mir um den Piss geht. Ich weiß nicht, der hat ganz schön lange auf mich gezielt gehabt. Ich habe ihn nicht getroffen auf der Entfernung. Da ist er. Ich habe ihn getroffen gehabt. Da brennt jemand. Wo? Hinterm Zaun? Irgendwo hinterm Zaun hier ist er. Ja. Ich renne da mit der scheiß Wetterli rum. Ja. Irgendwo da links glaube ich auf 135. Loot im Boden. Boah. Mhm. Danke. Alter. Von 22 Metern. Das ist ja. Das ist der. Ich bin besser Arschloch. Oh Mann. Ich habe den einfach nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich habe ganz kurz seinen Hut nur gesehen. Von links kommen jetzt auch noch Schüsse. Ich würde sagen wir packen es. Ich habe keinen Bock den Jäger zu verlieren. Die gehen gerade auch schon oben rum bis. Wo war der denn jetzt? Irgendwo im Gebüsch. Hier. Ja krass. Oh shit. Die anderen. Die anderen brennen noch. Ist egal. Ja ich versuche die gerade noch eben zu löschen. Hä wo ist denn hier? Wo ist er denn? Nein. Na egal. So ihr könnt ihr nochmal looten. Aber die, die nicht mehr. Kann ich nicht. Über den ja. Okay. Äh die anderen sind raus. Müssen nach oben oder unten? Ja ich würde nach unten sagen oder? Also Richtung ähm. Patz? Ja. Mensch. Hauptsache weg. Ah das waren die die ich meinte. Das waren die die hinter uns waren. Ah schön jetzt fängt es ganz zockeln. Ah was. Was. Oh der Wasserspaß. Ah. Ah. Nein, 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 nein. Ich mach dich schnell. Philipp hinterher. Ich mach dich schnell. Ich mach dir schnell. Ich verblute. Alter ist der schnell im Wasser. Will er mich verarschen? Der war hinter dir. Ey, der ist im Wasser so schnell geweht. Und dann habe ich vergessen, die Rüttung zu stoppen. So, jetzt müssen wir aber echt schnell raus. Von uns kommt noch theoretisch eine Kutsche oder nicht? Eigentlich kommt von uns gleich eine Kutsche noch. Dankeschön. Genau. Jo, Kutsche ist gleich her. Ah, meine ganzen Balken. Ich habe nur noch einen aus diesen Balken. Ja, nicht. Ah, der Zombie. Geh weg. 2,14. Ja, der passt. Meine Ausdauer ist halt nur im Arsch. Ja. Dann lauf kurz einfach nur und dann wieder. Ja, hab ich, ja. 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 Und hier. klar ist mir voll zu zwei problem gelöst einfach laufen ja ich bin dabei aber nur gesagt dass da einer ist das draußen am weg läuft nicht irgendwie durch dem wasser oder so läuft ja am weg entlang gut auf der karte wissen wo der ausgang ist kann ich nur sagen ich kann es so nicht besser erklären ich weiß nicht ob ich es schaffe 11 ich hab den jetzt noch so ja gut ein stück haben trotzdem auch wenn es eine klappe gut mein herz war ein bisschen gemeinde typ der im gebüsch zu stehen aber sonst überlebt hat das ist richtig deswegen sehen wir uns eine neue folge zu hand genau deswegen gerne mit einschalten liken und bis zum nächsten mal tschüss